Dein Traum. Dein Moment. Deine Freiheit. Deine Erlebnisse. Deine Geschichte. Dein Weg. Dein Abenteuer. Es sind die kleinen Dinge, die den Weg zu etwas Besonderem machen. Lass auch du deine Geschichte Teil eines Ganzen werden. Mach mit und sende uns deine Erlebnisse in Videoformat zu und werde Teil von Projekt Jakobsweg.